Der Weg Gegner! Gegner! Östlich! Gegner bereits bei der Brücke! Unter der Brücke noch einer da Ich seh den Engst Der hat einen Ergang für den Jaguar Der Mörser ist gut Der Mörser ist gut Hallo und willkommen! Ich bin Mauti, es ist schon lange. Aber heute möchte ich euch ein neues Firefighter-Episode zeigen. Als wir auf dem S-H-B-H-B-B, habe ich den Ort für meine Squad Lead zu verabschieden, damit wir mehr Mann-Poer auf der Attack-Cab. Aber natürlich, wenn du verabschieden, du bist mit einem Bär-Bone-Rifle, zwei Mags, eine Bandage, und nichts anderes. Also, wie war das? Nichts mehr, wenn du mit dem S-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H-B-H. Jetzt. Welch meinst du sicher ist? Ich glaub das tut. Ja, stimmt. Wir waren zweiter in der Nähe. değildens guckte. Ich wackele so. Ich glaube, ich wurde aus dem Norden getötet, Achtung 13. Ja, ich sehe da einen. Ja, ich sehe da einen, ich sehe da einen, ich sehe da einen. Ja, keine Chance gegen die Leute. Kann ich mal kurz ein Feiertel mal markieren, ich werde einen schützen. Wir sind im ersten Stock östlich von mir. Zwei Stück. Ja, wir pushen mal nicht die ab, bis wir die Mörser kommen. Also macht ruhig langsam. Ich bin kontrolliert, ich betötet, ich betötet, ich betötet, ich betötet. Mg3 Schütze ist down, liegt noch einer am Dach, zweiter. Mg3 Schütze ist down. Mg3 Schütze ist down. Eines nach oben drauf, muss man auch aufpassen. Mg3 Schütze ist down, g4 Schütze ist down. Wurde aufgerieben. Könnte direkt auf der Abschießen, okay. Okay, bringe es. GG. GG. Bist die Tickets eingewastet? Ich muss den Gegner aber noch mal schauen geben. Sonst ist der Server eigentlich her. Nee, nee. Muss nicht sein. Ja, geht ja noch. Wir haben die letzten zwei Runden zwar gewonnen, aber ich weiß nicht, anstrengend waren die schon, oder? Ja, weil die doppelten Kills hier.